Bäh! Du? Ähm... Vor Weihnachten wünsch ich. Irgendwie komisch, dich hier zu treffen. Brief weißt du, ich hab ihn gelesen. Ich war auf der Weihnachtsparty bei den Bauers und Rick. Sprach er diesen Plan. Als du weggelaufen bist, warst du also hier? Oh, unheimlich. Einigartig. Alles ist völlig anders. Alles hat sich verändert. Erzähl mir von ihr. Ich denke, das sollte besser nicht tun. Wieso nicht? Es war wohl keine sehr gute Idee. Ich hätte dich nicht hierher bringen sollen. Hast du das Gefühl, dass es so ist? Philipp, es gab einen Abschnitt in meinem Leben. Da gab es so viele Möglichkeiten für mich. Da kam mir das Morgen viel interessanter vor, als das gestern. Auch ich kann diese Zeit nie vergessen. Oh, wenn man uns so zuhört, hört es sich an, als lebten wir schon ewig. Was würdest du? Philipp. Vergiss, was du meinst tun zu sollen. Und was du meinst, fühlen zu müssen. Und erzähl mir was von ihr. So wolle nicht aussehen, Philipp. Du hast mir vergeben, nicht wahr? Ich habe dir etwas so Furchtbares getan und du hast mir vergeben. Es ist nicht richtig, was du sagst. Denn schließlich sind mir doch alles vergeben können. Dieser Raum. Erzähl mir doch mal ganz genau, was es war. Und Julia? Hier. Philipp. Romeo und Julia starben beide. So trau ich das auch wahr. Was?